Hey und da sind wir wieder, oder besser gesagt ich, also nur ich, Andreas, denn Julian weiß gar nichts davon, dass ich dieses Video hier mache, denn in diesem Video geht es darum, wir waren zwei Wochen im Urlaub, haben derzeit keine Videos hochgestellt und als kleine Wiedergutmachung wollte ich euch fragen, ob wir eine Adventure Map spielen wollen, also Julian und ich eine Adventure Map, die ihr uns schickt oder irgendwie sowas, einer hat auch gefragt, dass wir ein Let's Play Together machen, ich würde es machen, aber derzeit habe ich ziemlich, also es ist, derzeit ist es ziemlich schwierig, die Welt hier im Hintergrund, hier dort hinten, dort die kleine Kirche, die ihr gerade nicht seht, das ist meine Singleplayer Welt, ja, hier spiele ich ab und zu, oder gerade eben, deswegen, meine Frage war das eben an euch, ob wir es machen, ob wir es machen sollen, also schreibt in die Kommentare, welche Map ihr haben wollt, also Adventure Map, dann gucken wir uns die an und, also, ja, werden auch die nehmen, höchstwahrscheinlich, ja, aber die sollte auf den, auf der neuesten Version sein, also schickt eure Lieblings Adventure Map auf der neuesten Version, das wäre, das wäre super, naja, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich, ich rede da mit Julian und sag ihm, dass wir sowas halt machen werden und dann, bis, dann schaltet einfach nächstes Mal wieder ein, Tschüss!